Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Entschrouded. So, wir stehen beim Schreiner vor der Hütte. Beziehungsweise, ich wohne ja jetzt hier nur als Untermieter. Der hat eine Quest für uns. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst meine, oder was? Der Bau von Deirdwin. Weißt du, Flammenblut, ich habe geholfen, Morvena zu bauen und ich habe sie nach meiner friedlichen Tante benannt. Ich habe hier in der Gegend tatsächlich schon viele Städte gebaut. Schau mal von Deirdwin gehört. Ich glaube, ich habe dort einige meiner Fachwerkblöcke zurückgelassen. Warum siehst du nicht mal nach? Wer es findet, dem gehört's. Okay. Boah, es wird wirklich Zeit, dass wir hier mal ein paar Quests abarbeiten. Das werden wir jetzt auch mal schön entspannt machen. Das einzige, was wir vorher noch holen werden, ist der Schmelztiegel. Und dann kümmern wir uns mal hier unten um einige dieser Quests. Allerdings den Gleiter könnten wir vielleicht für diese Reise schon mal gebrauchen. Und ich habe... Achso, ich wollte mal eben gucken, was der... ...was das für eine neue Quest jetzt war. Warte mal... ...die Edwin und Sonne. Tatsächlich. Vielleicht hätte ich gerne noch diese Fachwerkblöcke, aber eins nach dem anderen. Jetzt lass uns kurz anfangen. Ich würde mir gerne den Gleiter bauen. Achso... Ich dachte, da war ich eben schon richtig, ne? Baut mir den nicht, Kate? Ja. Sehr gut. Die letzten vier Miasma-Säcke habe ich besorgt. Das heißt, wir bauen uns den fortgeschrittenen Gleiter. Ich freue mich. Zack. Dann haben wir gleich mal eine Quest abgearbeitet. Können wir uns den Greifhaken noch leisten? Ja, ist gar kein Problem. Ich brauche nur eine Miasma-Säle und unseren alten Haken. Dann haben wir schon mal zwei Quests abgearbeitet, ohne viel dafür zu machen. Warum habe ich die Miasma? Ach, ich habe gar keine am Start gerade, ne? Ich müsste mir eine Miasma-Säle bauen, aber auch das könnten wir ja eigentlich machen. Naja, ich habe hier keine mehr drin rumfliegen. Dann empfangen wir mal unseren freundlichen Waltersar. Ob der uns nicht mal eine Miasma-Säle erstellen könnte. Dann haben wir den Haken auch gleich im Sack. Dankeschön. Das war's schon. Und dieser Klotz hier muss unbedingt weg. Sobald wir den Tige besorgt haben, werden wir unsere Basis bauen. Ich würde sagen direkt in Fachwerk-Glocken. Hä? So, verbesserte Greifhaken. Ich muss den ausziehen, ja? Moment. Den alten. Ablegen. Verbesserten Greifhaken. Jawohl. Auch den. Den sollten wir dann aber auch gleich mal wieder ausrüsten. Ihr seht's. Ich habe mir mal Erlands Bollwerk, was wir aus diesen Ruinen da rausgeholt haben. Na, da hast du den Katakomben. Habe ich mal aufgelegt. Das ist etwas besser als das vorige Schild. Können wir ja ruhig mal nutzen. Aber ist jetzt auch nicht umlehnt der Knaller. Es sind nur die 25 Lebenspunkte mehr. Und, also was heißt nur? Immerhin, ne? Um 10 maximale Heilbarkeit. Parierkraft und Block waren gleich für unser kleines Holzschild. Gut. Äh, was wollte ich? Den Greifhaken ausrüsten, bitte. Lass ich Ausdauerkosten. Mhm. Kann auf größere Entfernung aktiviert werden. Okay. Wieder eine kleine Verbesserung. Ich bin sehr gespannt auf den Gleiter. Reichweite. Jo, 50% mehr Reichweite und 5% mehr Geschwindigkeit. Mega. Oh. Jetzt zeige ich mich an. Ich warte, ich wusste es. Die Brude zu. So, dann sollten wir jetzt aber auch mal langsam los hier, bevor es gleich dunkel wird. Beziehungsweise, vielleicht sollten wir sogar lieber erst den nächsten Morgen los. Wenn nicht sicher, wie lange die Sonne noch am Himmel steht. Hm. Ähm. Noch geht's. Aber dann lass uns lieber noch mal gucken. Was ich hier an Fähigkeiten noch machen kann. Wir haben immerhin 8 Punkte. Ich habe noch gar nicht so viel vergeben. Ähm. Nur, äh. Hier ein bisschen mehr Schaden. Mehr Fernkampfschaden. Vom Angriff. Hm. Kritische Trefferchance plus 10. Aber. Doppelsprung vielleicht nicht uninteressant. Kann man hier und da mal gebrauchen. Was ganz interessant war, war 2 Minuten mehr Miasma-Zeit. Und ähm. 10% mehr Sprintgeschwindigkeit und 10% weniger Ausdauerverbrauch. Wuchtschaden. Stärke. Wuchtschaden. Hier gibt's doch. Hier ist auch eine Verbindung, oder? Das sieht man so schlecht. Sprungangriff. Was auf jeden Fall nicht schaden kann, ist den Nahkampfschaden ein bisschen zu erhöhen. Aber über Sprungangriff würde ich jetzt glaube ich nicht so gerne gehen. Die Betäubungslast eines Gegners wird um zusätzliche 20% erhöht. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe in dessen Block schlägst. Okay. Das heißt, er wäre schneller betäubt und ich könnte schneller den gnadenlosen Angriff machen. Und hier kriegen wir nochmal 5% mehr Nahkampfschaden. Ich glaube wir gehen mal in die Richtung. Wird mir tatsächlich mal dickköpfig gönnen. Ui, er hört die Gesundheit um 50. Brauchen wir das? Oder wollen wir lieber... 50 mal Gesundheit hört sich erstmal nicht so schlecht an. Was haben wir hier noch? 50 können wir erstmal Zeit wieder herstellen? nö Fleisch erhöht deine Gesundheit auch nicht unbedingt ich würde sowieso den hier nehmen weil für eins dieser drei Sachen entscheiden wir uns entweder Schnittschaden Wuchtschaden oder Stichschaden da bin ich mir noch gar nicht so sicher was wir dann nehmen Stichschaden wahrscheinlich eher nicht, das ist so ein Speer oder so aber den nehmen wir noch jetzt ist die Frage das können wir uns eh nicht mehr leisten will ich einen Doppelsprung haben ich glaube erstmal nicht ich nehme die 50 Gesundheitspunkte mit und dann schauen wir mal jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen was sparen alles andere ist jetzt eh schon recht teuer hier vorne spezialisiert ist es jetzt nicht gerade aber ich bin noch so ein bisschen in der Findungsphase jetzt lassen sie aber mal schauen wo wir hin wollen bisschen angepflanzt habe ich hier auch das läuft aber so weit von jedem Blümchen und jeder Pflanze immer ein bisschen was angepflanzt aber wir ziehen mal los vielleicht kommen wir doch noch ein Stück weit wir wollen hier zum Schmelztiegel auf zur Warte lass uns mal den neuen Gleiterprobe fliegen ich bin schon drauf 700 Meter das ist jetzt nicht ultra weit ich bin erst ein Testflug ne war es nicht ich wollte gerade sagen für den ersten Testflug war es okay aber es war eher ein bisschen verunglückt das Ganze wir testen den dann nochmal ordentlich das hier einfach nur ein Loch in der Wand 500 Meter wir müssen durchs Miasma scheint aber noch ein kurzes Stück zu sein jetzt ist die Frage wo sind wir hier oh ja gut wir sind direkt vor den Fachwerkblöcken dann lassen wir mal gucken ob wir die vielleicht finden können hier sind Schwanereien im Gange sollen wir dem mal ein Ende bereiten was ist hier los warum schleicht er da hinten so lang hat er hier gerade was gekämpft oder was Schwein gegen Krabbe oder sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Krabbe und Pilz ist hier niemand da kommt noch ein Schwein angeloppiert wie verrückt was habe ich dir denn getan warum hast du denn so Bock auf mich muss ich dich jetzt ausschalten oder gehst du mir nicht auf den Sack dann könnte ich das nämlich mal kurz hier lesen um mal hier eine Kiste lesen oh das war es hier schon Fachwerk ist eine alte Bautechnik die wegen ihrer dekorativen Wirkung sehr beliebt war sehr gut schauen wir mal was hier zu lesen gibt was für ein Saustall dachte ich ein Haufen von Baditen, Gaunern und Schwachköpfen die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden die Mannschaft ist ungehobelt aber ein paar Tage in der Mine zu schürfen macht selbst die härtesten Räuber mürbe uns hält ein einziges Versprechen zusammen Elixier für alle Waffe Samet steht zu seinem Wort und immer noch sehr angetan von ihrem Elixier das ist die Frage wir müssten uns ja hier schon noch ein bisschen umgucken aber das schaffe ich niemals mehr im Helden darüber aber ich glaube so ganz viel gibt es ja auch nicht ist ja alles sehr zerfallen hier ist noch ein Spannchen dann gib mir mal deine Schenkel da liegt irgendwie Salz oder so was geht hier draußen ab? das war die Krabby das ist die Krabs runterratte hey nehm ich erstmal mit mal gucken wie weit wir noch kommen beruhig dich ich will doch gar nichts von dir ich hoffe wir finden da noch eine Möglichkeit um zu schlafen sonst hätte ich das vielleicht lieber hier tun sollen mal gucken wie wir überhaupt da hinkommen das sieht schon wieder sehr danach aus ob man hier nicht so einfach da hinkommt wo ich dann hin möchte oh Gott da schneiden wir auch ganz gut durch mit unserem Ball das ist okay und so ein bisschen Fleisch kann man ja immer auf Heile legen muss ich mir dann mal was beraten 300 Meter kommt man hier hoch? das sieht irgendwie nicht direkt so aus oder? hier wird es doch schon wieder dran scheitern okay ich gebe zu jetzt einen Doppelsprung wäre nicht schlecht shit ich kann natürlich auch mit der Spitzhacke zuhauen ansonsten komme ich hier aber glaube ich durch rechts um die Ecke oder ist das einfach noch höher neun Spuckpflanzen aber ich knell die kurz über den Haufen die Spucken hier würde gerne die hier mitnehmen ohne dass du oh Gott hier ist schlammig scheiße jetzt habe ich hier wieder den Glitchehelm auf dem Kopf hör auf jetzt war wirklich gut hallo ja das hat beim ersten mal nicht so gut funktioniert mit dem Decken naja ich habe meine Beeren vergessen ich habe extra getrocknete Beeren gemacht hm um mich hier unterwegs mal snacken kann die haben eine längere Regeneration hier ist noch Camilla aber da habe ich mittlerweile genug zu Hause schon ein bisschen angebaut okay ich fürchte die kommen wieder hoch da ist wieder die Frage gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links ich glaube ich gehe hier durch hier komme ich doch genauso wenig hoch glaube ich damals Vermächtnis na klar wird es jetzt dunkel das geht dann immer sehr sehr zackig ich hoffe ich finde hier noch eine Möglichkeit zu übernachten bis es darf wird mal klar wieder ok ist es schon dunkel kann ich da kann ich da wo war dieser Ton nicht mal den sehe ich gerade mehr ok hier sieht es ganz gut aus ich glaube ich habe einen Weg nach oben gefunden ich glaube ich habe einen Weg nach oben gefunden was knurren hier ne ist echt krass ich bin einfach jetzt ein Stück hier an der Felswand lang gelaufen oh Gott jetzt ist euch Banner da runter gefallen und hier oben ist doch diese Bambelschenke ne oh jo Freunde hier sind ganz schön viele muss ich sagen hier oben ist das scheinbar nicht besonders kräftig hier oben ist das scheinbar nicht hier oben ist das scheinbar nicht hier oben ist das scheinbar nicht so ich muss ja schleichen wie ein Indianer Mensch ist ja verrückt so und da ist nur Mr. Krabs ist klar ich glaube von hier aus kommen wir hoffentlich ganz gut dahin ich würde allerdings jetzt tatsächlich nochmal eben übernachten beziehungsweise hier gibt es ja leider kein Bett ne ich da beim letzten mal nicht grob was übersehen habe aber ich warte mal hier in der Sicherheit ich kriege hier sogar einen ausgeruht buff und gar nicht mal so einen schlechten da mache ich es mir immer gemütlich bis morgen früh ich glaube da geht die Sonne auf wir sind gut ausgeruht und können unseren Weg fortsetzen und stehen natürlich vor der nächsten scheinbar unüberwindbaren Wand vorhin standen wir hier unten vor jetzt stehen wir hier vor entweder können wir uns hier irgendwie durchschleichen ich glaube das ist eine ganz gute Idee ich probiere das mal aus hier ist eine Höhle ja oder auch nicht Moment darf ich mal durch nicht nervös werden alles ist gut komische Viecher das war schlecht wo ist das hier Sammelsvermächtnis ist das eine Quest ah hier muss ich mich da durchspringen ich sehe schon kommen das mit dem Schmelztier das wird wieder schwierig Ui 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 ich kann es nicht vorspringen ich kann es nicht vorspringen bei dir gucke ich nochmal was du dabei hast ja vielleicht kommen wir hier irgendwie nach oben ne dann lass uns doch gleich mal die Aufgabe noch mit erledigen Geil hier wäre auch gleich ein Bett zum schlafen gewesen naja ich bin gut ausgeruht wir waren in einer Taverne Moment mal keine Sprengfässer stehen lassen mal zufällig hier drüber gestolpert ich glaube hier ist erstmal keiner weiter lesen wir mal Sammit verlangt es hör zu ihr vor uns Säcke unser Anführer Sammit verlangt dass wir weitere Elixierbrunnen graben so bekommen wir alles an Elixier das wir jemals brauchen könnten es wird gefährlich aber das Risiko ist es sicher wert grabt ihr Narren oder stellt euch dem Zorn Sammit wurde wieder gierig geschürft ne da hinten läuft noch mal rum ich sehe ihn der Schuss der Schuss ist er ohne Vorschein hier gehts gerade aus hier gehts roh wo bist du? wo bist du? da irgendwo Aua 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 Wer hat da nochmal geschossen? jetzt hat er das fast nicht getroffen das mal schnell hier hoch hier haben sich ihre Tunnel gegraben aha da ist schon mal eine kleine Kiste mit einem mit einem Lehrlingszauberstamm kommen wir da nach ganz oben? ich glaube es fast nicht aber gut wir gucken uns mal beide um hallo kommst du? da liegt er da liegt er ok was kommt hier wohl noch alles? Gott sei Dank so abgehärtet und erschrecke mich nicht bei jeder Kleinigkeit da ist doch ein Hund alter ist ja crazy hier schwarzböne kugeln hier sehe ich nichts mega geiles hier sehe ich nichts mega geiles da ist aber nochmal ein sehr interessantes Kistchen kommt in mir durch ich denke schon aber das bringt nicht viel ok dann hier zur Kiste Jägerbogen einundzwanziger hier ist nochmal was zu lesen wir haben zu weit gegraben sammelt deine Gier nach dem Elixier ist unstillbar du behältst es für dich obwohl du gesagt hast du würdest es teilen Lügner jeder ein Volk sterben für dich in diesen Tunneln wofür? wir verbanden dich hiermit geh jetzt sonst sollst du unsere wahre Stärke erleben dann sucht ein Elixier anderswo das hier ist unsere Mine ok das sieht ziemlich gut aus hier wir haben den Schmelztiegel Leute Position erreicht ich habe gar nicht gedacht dass wir durch diese Höhle hierher kommen das ist ja schon wieder nice ist doch der Bottich hier oder? klar Schmelze plus eins und mehr willst du mal die Sachen reparieren? sehr nice hm hm ah Pfeinde sind auch nicht umsonst könnte es mal ein bisschen besser zielen vielleicht aber naja ist ok ne schwarzpäuferkugel ist hier noch irgendwas wildes? oh da war ne Falle tut sich ja auch nicht gut an tut sich ja auch nicht gut an wo ist der Typ? hm wir waren halt auch irgendwie ganz oben oder nicht ne? hab ich einen Haken oder sowas übersehen? hier war ich ja eben warte mal die lichter sagen mir ich war hier noch nicht ach wo ist der? wo ist er noch oben? Hm. Okay, sehr gut. Kurz bevor er nochmal geschossen hat. Kein Haken hier. Ah, hier geht's doch mal hoch. Das ist bestimmt noch irgendwo einer, oder? Ja, da ist ein Haken. Noch eine kleine Kiste und mehrere Explosionsfässer. Das finde ich nicht so gut. Okay, da kann ich mich rüber schwingen. Das ist doch dasselbe, oder? Hm, hm, hm. Nö. Ja, komm her, da mach ich dich halt so. Komm raus, ist da Luke da. So. Okay, also hier unter mir ist noch eine Kiste gewesen. Müsste ich ja eigentlich nochmal eben holen, ne? Ah, los, komm. Äh, scheiße. Okay. Hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber wir kommen relativ elegant wieder zurück, okay. Dann ist alles gut. Schauen wir hier noch hoch. Hier ging's ja nochmal in den Tunnel rein. Und hier drüben halt auch noch. Gucken wir erstmal hier vielleicht. Hä? Zwei Hundis. Mehr erstmal nicht. Was habt ihr bewacht? Ist das hier ein zweiter Eingang, oder was? Hm. Alter. Wie groß ist das hier? Also, solange's noch hell ist, schauen wir uns ruhig noch ein bisschen hier um. Ist das drin? Nö. Hm. Wo geht's denn hier hin, schönes? Ah, Höhlenpassage. Ist gut zu wissen. War auch schlecht zu erreichen, irgendwie. Oh. Hier schlitzt ja noch einer im Dunkeln, du. Oh. Das war gemein. Okay, ich bin eigentlich jetzt nur neugierig. Äh. Oh. Alter. Du Stück. Du Scheiße. Ich hab Angst. Ich muss mal so ein Öllicht anmachen. Oh. Aha. Nices Licht. Wir sind beim Miasma. Wo zum Teufel bin ich? Das ist ein Haken. Will ich jetzt wirklich mal ein Schmelztiegel hier riskieren? Das sieht zwar echt geil aus hier. Kann ich mich wieder hochziehen? Hm. Oh Gott, ich werd sterben. Ich werd einfach in dieser Lava wegsterben. Was ist das für... Nein! Kämpft ihr da? Oh oh. Oh oh. Hat der mir auf die Mörder geprügelt. Hm. Okay, du machst es wieder spannender, als du das selber haben willst. Da war doch noch irgendeiner jetzt gerade, oder? Oh Gott, jetzt verläuft er sich hier auch noch. Bin ich hierher gekommen? Ja. Bin ich. Oh Gott. Da ist er. Oh Gott. Da ist er. Da ist er. Bist du halt irgendwann mal zu überlassen. Man sieht natürlich auch hier, trotz Öllicht, nicht die Welt. Immer mal ein Verband. Sicher ist sicher. Okay, diese Höhlenpassage ist ja einfach nur in Szenen groß. Oh, hier geht's wieder raus. Ich würde wirklich sehr gerne wissen, wo die endet. Jetzt werden wir es wohl erfahren. Wo bin ich? Kommst du hier aus dem Meer erstmal irgendwie wieder raus? Hier würde ich ja echt gerne mal... da glaube ich, ne? Hier geht's zumindest nach oben. Ja, das ist gut. Hui. Das lohnt sich ja fast. Sich hier nochmal ein Altar aufzustellen. Aber erstmal nehmen wir uns die Funken mit. Oder den. Ne, sind sogar zwei. Also wenn wir können, würde ich versuchen hier noch ein Altar aufzustellen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Solange wir hier noch keine Möglichkeit haben, mein Rucksack ist voll. Und das ist einfach eine Pergamentrolle. Warte mal. Äh, Rucksack. Das kannst du zerlegen. Das rostige Kursschwert würde ich sagen auch. Dann hast du schon mal Platz hierfür. Und hierfür. So, mehr sehe ich jetzt hier erstmal nicht groß. Wo ist denn der Turm? Ich kann ihn auf jeden Fall gerade nicht sehen. Also die Warte relativ weit weg. Komm, wir bauen uns hier mal so Dinge auf. Du brauchst ja nur ein paar Steine. Moment. Ich sagte Steine. Nicht Schweine. Nicht Schweine. Wie gesagt. Eine Wildschweinkeule stopfe ich mir noch in die Tasche. Das kriegen wir da schon mal rein. So. Da ist doch schon mal ein Stein. Nein. So bitte. Gucken wir mal, ob wir noch einen hinstellen dürfen. So. Nein. Ein Slot. Achso. Ich denke mir, warum geht es denn nicht? Haben wir irgendwas, was gar keinen Sinn macht? Ich würde fast sagen, die Tücher. Obwohl, ein Buch kann ich auch mal opfern. So, jetzt geht's aber, oder? Dann können wir hier nämlich auch jederzeit wieder hinspringen, wenn wir den setzen dürfen. Wo ist er? Da. Jo. Sehr gut, dann nix wie nach Hause. Schmelze bauen. War doch, glaube ich, gerade schon wieder dunkel. Können wir das hier später mal erkunden. Ziel erreicht, Schmelztiegel und die Baublöcke in der Tasche. War doch schon mal sehr gut. So, ganz kurz mal ausrollen. Zumindest erst mal ein paar Sachen. Ja, dass wir hier ein bisschen Luft kriegen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt haben wir hier einen Schmelztiegel. Stelle eine Schmelze her. Hey, was wollt? Alles im Lack? Packen wir's an. Zeit, eine Schmelze herzustellen. Hey, du hast mal ein Schmelztiegel gefunden. War die Reise zu hart für dich? Auf zu jammern, Flammblut. Eine Flamme wieder zu entfahren. Braucht Zeit und Geduld. Im Moment reicht es aus, die Schmelze herzustellen. Also, ran an die Arbeit. Die Schmelze. 50 gebrannte Ziegel. Jetzt leg doch mal den Topf kurz hier zur Seite. Da muss ich aber mal über Kate fragen. Juhu. Ah, guck mal. Da sind ein paar Ziegel. Ich komme gleich wieder zu. Oh ja, ich habe hier noch ein paar mehr angeworfen. Sehr schön. Können wir auch gleich ein bisschen was draus bauen. Ich baue nur erst mal hier die Schmelze. Erst mal gucken, wie groß die ist. What? Ah, Schmelze. Stellen wir uns her. Ah ja. Okay, das geht ja tatsache. Die könnte man ja... Könnte man auch hier so hinstellen. Ah, woher? Hier wäre vielleicht noch besser. Jo. Das war die Schmiede. Kupferbarren. Yes. Oh, 20 Kupfererz. Und 20 Kohle. Da muss ich mal gucken, wie viel Kupfer ich jetzt mittlerweile da so abgefarmt habe. Aber... Wo habe ich denn das wohl gelassen? Ah, hier, guck mal. Doch, ein bisschen was habe ich am Start. Ab und zu mal ein bisschen was abgeklopft. Das rentiert sich doch jetzt schon wieder. Ja, da schmelzen wir mal unsere ersten Barren. Aber unbedingt. Schmeiß rein. Und, äh... Kohle. Abfraut. Wie viel gibt das? Aber das gibt gleich 10 Stück. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann würde ich mir... Du hast die ganze Zeit deinen Gleiter mit dir rumgeschleppt, ne? Ganz schlau gewesen. Dann würde ich jetzt auch in Kupferfallen machen. Die machen deutlich mehr Schaden. So, das hat auch gut funktioniert. Jetzt geht's da drum... Uns die Hütte hier zu bauen. Da will ich vielleicht schon mal ein bisschen was vorbereiten. Ich zeige euch mal in etwa, wie ich mir das gedacht habe. Hm. Die soll gar nicht mal ganz so groß werden, weil da muss ja jetzt nicht so viel rein. Zwei Etagen schon. Aber ich muss mir ja die Flamme erhalten, ne? Weil hier steht ja drin... Degge die Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Achtung! Ungeschützte Bereiche werden von dem Jasma verzerrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Da hätte ich jetzt schon ein bisschen Angst, den abzureißen. Äh, das heißt, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Dass der stehen bleibt. Ich würde allerdings gerne hier einen Keller drunter ziehen. Und das geht ja nun mal am einfachsten, wenn man irgendwelche Fundamente hier setzt und die wieder abreißt. Warte mal, wir nehmen uns mal einen Stabel. Ja gut, hast du schon wieder gnadenlos überzogen. Aber was willst du machen? Das gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz an. Ich teste das mal hier mit den... So, da ist so Steinblecke dabei. Genau, jetzt würde ich noch mindestens eine komplette... Ja. Das sollte ja funktionieren, ne? So. Und wieder entfernen. Ja. So kannst du am saubersten den Keller ausheben. Ich hatte da hinten ja schon mal angefangen, irgendwie wild loszuklüppeln. Das schütte ich dann einfach wieder mit Erde zu. Und ich versuche das mal so vorzubereiten, dass ich hier zumindest mal 3x3 ausgehöhlt kriege. Also unter Kennert. Ist mit dem bestehenden Gebäude viel schwieriger. Wäre leichter. Ich würde einfach nochmal komplett neu anfangen. Aber das Haus soll nun mal genau hier hin. Zwar ein bisschen schmaler. Ähm, 1, 2 und hier drüben noch einer. Kann ich das abreißen? Äh, Unfallfall. Ja. Vielleicht lasse ich auch den Flammenaltar stehen und nehme 3x3 von hier aus und mache hier einfach noch eine Reihe davor. Das würde auch gehen. Ich muss mir das nochmal überlegen. Deswegen, da muss ich erstmal ein bisschen rumprobieren. Ähm, ich nehme euch da nur teilweise mit. Wenn ich hier eine Viertelstunde irgendwas rumprobiere und es klappt nicht. Das wollte ich nicht sehen. Also, für die Folge machen wir auf jeden Fall erstmal Schluss. Ich überlege mir, wie wir das hier machen. Um hier eine schöne Base hinzukriegen. Und, äh, ja, ich freue mich auf die nächste Runde. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ihr macht euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Naja, ich, äh, mach erstmal. Und, äh, mach erstmal. Untertitelung des ZDF, 2020